Ja, Metal Leute, Shirt am Monday mal wieder. Ja, das Shirt im Out and Loud war 2014, glaub, ein Festival. Ja, zum ersten Mal hat er es getragen am 14. August 2014 und zum letzten Mal am 13. Mai 2016, eine Beliebtheit von 1,38% während des dann, hat er es insgesamt 59 Mal getragen und maximal fünf Tage am Stück. Das ekelt mich schon langsam, wenn du da so schwitzen, dusch. Ja, allein schon vorm Rumsitzen schwitzen tut er so. Ja, auf jeden Fall, Metal Off, Leute.